Wild Wacky Sports, ey, das fällt mir jetzt schon weg. Kann man das so zweit? Eigentlich glaube ich schon. Ich glaube schon, ne, so hast du das eigentlich auch in Erinnerung. Also ich hatte das so in Erinnerung. Ah, ja. Ich nehm Plucky. Dann nehm ich Buster Bunny, ey, mir war egal. Wieso kann man... Wieso kann ich das? Mit A. So, ey. About to beginn. Let's go. Wie ist das Schwein da? Hemden. Ah. Das erste Event ist Eis-Cream, throw at Wackyland. Let's do your best. Ich hab keine Ahnung mehr, wie das geht. 250 brauchen wir. X-Controller. Throw, throw... Oh, geil! Ja, gut. Throw the Eis-Creams to Target and then come out if you hit them on a row without missing, you get the big points. Okay. Klingt logisch, oder? Irgendwie schon. Was muss man beschreiben? A oder B. Jetzt ist er doch. Oops. Wir wollen 250 zur Qualifizierung. Ach, shit, ich muss noch abwerfen. Wie viel Punkte hast du? 120. Ja, gut, ja, gut. Ich hab, ich hab gleich meine Qualifizierung. Das ist ja mit Tess los, oder wie der heißt, ey. Dizzy. Dizzy. Das ist echt Dizzy? Ja. Wo ich da draufwerfe, kriegst du den Punkt, was oder? Shit, ich hab's nicht geschafft! Aber ich, ey. Ey, weh, man ist jetzt draußen, nur weil einer das nicht geschafft hat. Ich glaub nicht. Ah. Ah, du kriegst noch mal Bonus. Ja, ich hab Corner Bonus. Und Time Bonus. Wird doch wurscht, weißt du? Abgehst. Geil, die beiden nicht, ey, die Noobs. Dizzy Devil und Bubsy Bunny, ey. Boom. Bubsy. Boy, jetzt rechnet er noch auf sich im Fall. Ja, ja, Star, weißt du? Ja, wieso? Wieso berf ich denn eigentlich auch mit Mürn? Das mit Fremsen? Chicken Ray's Effect, McCanon. Good luck, everyone. Use the power of the strength of the rubber band and try to stop and go to the edge, okay. Joy, I have been nice to you, but now I'm coming to the edge. Wie muss man das machen, verstehe ich nicht. Äh, du musst auf die Bar achten. Ah, gut, du fängst an. Wollen wir jetzt hier. Äh? A und B irgendwie? Ah. Aber du warst nicht zu stark, oder was? Keine Ahnung. Benutze einfach mal, hau einfach raus, ey. Wie denn? Ach so, ah, jetzt verstehe ich. Das war nix. Echt? Ich bin schockiert, das war nix. Wie hast du das gemacht? Ich hab einfach A getappt, damit das hier schön Power aufbaut. Und wenn du dann abstimmen willst, musst du nach rechts zünden. Aber ich weiß nicht, wie lange und wie weit. Das ist, äh, the problem. Wer ist hier? Der Boss. Der Sound ist ein bisschen leise, ne? Wie bitte? Der Sound ist wieder so leise. Ja? Wofür? Ja, ich komm gleich. Hast du wieder irgendwas falsch gemacht? Ach so, ja, dann ich komm gleich. Ich muss irgendwas fertig machen. Okay. Ich bin gleich da. Ah, okay. Was machst du da? Mach hin. Ach, ich bin? Ja. Ich dachte, du hast Pause gemacht. Nein, hab ich nicht. Du Bastard! Ich glaub, du darfst nicht zu stark überanstrengen. Ich glaub, wir machen das falsch. Da, siehste! Wenn der Typ ist zu öff... Wo? Fuck! Yo, perfekt! Ey, du... Du eiskalter Bastard, ey. Haha, wie geht auch was für Glück, ey. Guck dir Plucky an, ey. Ey, ich sag da gar nichts zu. Bei Orange war das, oder? Ja, so gelb. Ne, ne, noch ein weiter. Ja, das war genau. Oh, perfekt. Na ja, immerhin. Ich glaub, das reicht für die Quali. Ja. 250 war wieder. Ah. Wär das geil eigentlich. Also, das ist... Macht schon witzig, schon spaßig. So, man muss in die Lumi-Gaming, das finde ich nicht. Wichtig. Diesmal gehst du wohl als Sieger vorhin. Glück gehabt. Ich bin sogar nur Dritter. Aber wie, ey. Du hast einfach alles abgeräumt. Ja, das war echt... Glück halt. Das war echt krass. Das third event ist... White lifting. Ach nein, ey. Gewichtheben, ey. 100. Use the power and lift the power of the barrel before the others if you make me lift to get to the top points if you get to slow you out of the competition, save you out of strength and you drop the ball. Nein! Was ist da passiert? Die Kontrolle, würde ich gucken. Ja, das wird ja witzig. Hm. Ich guck einfach mal mit A. Ah, ja. Ist ja wieder sowas. Ist ja wieder das gleiche. Das war schon mal nix. Was? What the fuck? Was machen die da? Ich versteh's nicht. Auch nicht. Ah. Ja. Ja, ich hab's halt. Ah, ich versteh. Oh, jetzt muss ich mal. Geil. Nee, check ich nicht. Check ich nicht. Wieso? Wieso könnt ihr das? Nee, du musst halt ganz, äh. Da muss halt schon wieder ein bisschen roder sein, ey. Ach, der hat jetzt nur... Die haben nur gewonnen, ey, weil... Hä, was hat die denn auf einmal? Wieso? Hä? Warum sehen die so kack aus? Versteh ich auch nicht. Ja, das war nix. Geil, ich hab noch 50 Punkte. Geil, du 30 noch. Boah. Oh, schuld. Ich hätte fast die Quali nur bekommen, wo ich nix geschafft habe. Wirklich, ey. Was? Oh, verdammt. Was zur Hölle? Man hat nur drei Continues? Ja, lass mal gleich speichern oder so. Voll jeder. Äh, lass mal lieber, äh, jetzt hier mal die Controls gucken. Ja. Du übereistiger Bastard. Ich bin doch gar nicht schuld. Natürlich, du hast weggeklickt. Power 1, Power 2. Und dann Lift Up ist unten? Ja. Ich hab nach oben gedrückt. Ah. Das war natürlich nicht... So, falls, äh, danach mal war man safe state. Deswegen weiß ich, warum ich das Spiel nie geschafft habe. Ich glaube aber Lift Up ist erst, sobald du wirklich in der Position bist, zu Lift Up. Uäh. Ach, ey. Das wird bestimmt nicht... Power... Okay, Power. Ich zuck ganz nach Power. Was zur Hölle? Ich verstehe es nicht. Die Ente lässt nix anbrennen, ey. Der Typ hat das schon geschafft, da. Boom! Mach den Balken ganz, bis es rot wird. Und da musst du was drücken. Okay. 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 Oh, der sieht echt so aus, wie ich jetzt. Du bist hier was weiter, ich aber nicht. Ja, aber ich glaube, das muss doch eh nur einer schaffen, oder? Ich hoffe es, ey. Äh, Second Cry? Ja, du hast aber dein Ding schon sicher. Ah, ich darf gar nicht jetzt. Ach so, ihr müsst jetzt nochmal gegeneinander battlen. Ich verstehe. Scheiße, ey. Boah. Er hat keine Chance, ey. Echt wie die Ente, weißt du, sofort auf den Tisch, ey. Boah, er aber auch jetzt. Ja, ja, er gibt jetzt Gummi. Was? Egal, ey. Du bist gut in Position jetzt. Beine durchgestreckt. Arme fest angewinkelt. Jetzt einfach nur nach oben stemmen den Shit. Nein! Oh, kacke. Verdammt! Ist, glaube ich, egal, oder? Vorfass. Wieso hat er so eine Maske, also so ein, so ein Augen? Ja, weil er ein Held ist. Ach so. Hey, bitte, ich brauche 30 Punkte irgendwie. Boah! 90? Ja! Ey, du hast es geschafft, ich weiß es nicht. Durchgemogelt, weißt du? Hast du gut gemacht, ey, hast du gut gemacht. Ja, hier war es durchgemogelt. Dann lass uns erst mal einen Schnitt machen. Ja, mach mal kurz. Dann geh ich mal kurz da, wenn irgendwas los ist.